Willkommen zu einem kurzen Tutorial, wie ich in SPSS den Spearman-Rank-Korrelationskoeffizienten berechne. Der Spearman-Rank-Korrelationskoeffizient ist genauso wie der Pearson-Korrelationskoeffizient ein Zusammenhangsmaß für zwei Variablen. Allerdings hier speziell dafür, wenn beide Variablen ordinal skaliert ist, also wenn ihr in der Variablenansicht seid und ihr seht beim Messniveau, also beim Skalniveau, ist hier ordinal bei beiden Variablen, dann wird per se Spearman gerechnet. Ist eine der beiden Variablen metrisch, die andere ordinal, dann wird auch Spearman gerechnet. Oder, wenn beide Variablen metrisch sind, aber der Test auf Normalverteilung schlägt fehl, dann würde man auch Spearman verwenden. Wie berechnet man Spearman? Man geht über Analysieren, Korrelation und dann wieder Bivariat. Und jetzt würde man zum Beispiel zwei Variablen, die ordinal skaliert sind, miteinander in Beziehung setzen. Zum Beispiel nehmen wir hier die Sportnote und dann haben wir noch die Motivation. Und ob das jetzt eine sinnvolle Korrelation ist, sei an dieser Stelle mal ausgeklammert. Diese beiden wollen wir miteinander korrelieren. Wir müssen beim Korrelationskoeffizienten aufpassen, dass wir hier nicht den Haken bei Pearson haben, sondern dass wir hier den Haken bei Spearman haben. Erneuter Hinweis, haben wir Test auf Signifikanz, zweiseitig oder einseitig. Also existiert im Vorfeld eine gerichtete oder ungerichtete Hypothese. Dann müsste man hier den Test auf Signifikanz ändern. Ungerichtete Hypothesen, also ohne Wirkungsvermutung zweiseitig, mit Wirkungsvermutung einseitig. Typischerweise testet man aber zweiseitig und halbiert dann manuell nach. Wir brauchen nichts weiter anhaken. Signifikante Korrelationen markieren lassen wir, so wie es ist. Also eine rein optische Hilfe zur Erkennung. Wenn wir uns das ausgeben lassen, dann sehen wir hier nach Spearman-Roh. Und zwar Sportnote, mit sich selbst korreliert natürlich 1. Und dann Sportnote nochmal hier mit der Motivation korreliert. Wir sehen, die Korrelation ist negativ, minus 0,146. Sie ist aber nicht signifikant. Wir sehen hier, die Signifikanz ist 0,301. Wir können also hier nicht von einem, in Anführungszeichen, systematischen negativen Zusammenhang zwischen Motivation und Sportnote ausgehen. Wir können jetzt einfach nochmal eine weitere Korrelation rechnen, die man typischerweise mit Spearman machen würde. Nämlich, dass man zum Beispiel eine Variable, wie ich eben schon sagte, metrisch hat. Und eine andere Variable wäre dann ordinal zum Beispiel. Also wir nehmen jetzt nochmal die Motivation wieder raus und nehmen stattdessen mal den BMI rein. Wir würden ja davon ausgehen, jemand, der einen höheren BMI hat, hat typischerweise schlechtere physische Fähigkeiten und demzufolge auch eine schlechtere Sportnote. Da könnte man hier jetzt natürlich, weil man eine Wirkungsvermutung hat, einseitig testen. Das lasse ich aber trotzdem mal außen vor an dieser Stelle. Und korreliere das Ganze nochmal. Und hier sehen wir, dass wir einen positiven Korrelationskoeffizienten haben, der auch noch statistisch signifikant ist. Also Sportnote und BMI korrelieren signifikant positiv, weil unter 0,05 die Signifikanz liegt. Also die Signifikanz sehr, sehr klein. Wir können davon ausgehen, dass hier tatsächlich ein Zusammenhang besteht, nämlich eine höhere Sportnote mit einem höheren BMI auftreten. Andersrum natürlich auch ein höherer BMI tritt mit einer höheren Sportnote auf, weil wir ja typisch für eine Korrelation einen ungerichteten Zusammenhang untersuchen. Zuletzt noch der Hinweis, der Spearman-Rankkorrelationskoeffizient hat wie auch der Pearson-Korrelationskoeffizient einen Wertebereich zwischen Minus und Plus 1. Das heißt, Minus 1 der negativste Zusammenhang, der denkbar ist und Plus 1 der positivste Zusammenhang, der denkbar ist. Das heißt, Minus 1. Minus 1. Untertitelung des ZDF, 2020